Und weiter geht's. Ich hab mir mal meine Map auf M gelegt. Da sind wir. Wir sind dieser rote Pfeil. Und wir müssen zum... äh, da wo er Peshek gemacht hat, hingehen. Wir gehen erstmal hier unten durch. Vielleicht ist hier irgendwas. Nein, nur ein kleiner Tunnel. Oh mein Gott. Und das sind arme Bürger, die wir irgendwann, wenn wir mal die richtigen Waffen haben, alle sehr quälen werden und ja. Hm, ich muss immer mal zwischendurch hier auf die Karte gucken, damit ich weiß, welche Abbiegung ich nehmen muss. Ich hab's schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen kenn ich nicht mehr alles. Hallo Polizist. Hallo Leute. Ja, ist doch okay. Aber hier sind wirklich alle Personen so... äh, kommen in ihre Nähe und sie werden dich töten. Also in dieser Stadt würde ich auch Amok laufen. Nein, würde ich nicht, aber trotzdem. Das ist verständlich. Wer es nicht weiß, Posty heißt sowas wie Amok laufen. Ja, die werden wir später auch noch kennenlernen. Die Katze ist weggerannt, verdammt. Man könnte ja... warte... da, da. Wir haben 20 Dollar. Ah, wo ist meine Katze? Ach, ich bin dann gestorben. Ich hab meine Katze verloren. Verdammt! Okay, wir werden noch genug Katzen finden, um sie euch zu präsentieren. Katzen. Okay. Hallo Katze, renn nicht weg. Ah, du bist weggerannt, verdammt. Also wenn die wegrennen, kann man die nicht mehr aufsammeln. Und hier müssen wir jetzt erstmal hin. Da können wir uns hier durchquatschen. Und diesen Benzinkanlister mitnehmen. Was der bringt, werde ich euch dann noch zeigen. Jetzt packen wir den erstmal weg, sonst kommt hier noch irgendjemand auf dumme Ideen. Ja, wir haben Munition gefunden für eine Waffe, die wir noch gar nicht haben. Ja, und irgendwas haben wir noch aufgesammelt. Hallo Frau. Äh, hallo noch eine Frau. Hallo Priester. Ähm, mal sehen, da. NK. Achso, weil wir Munition dafür haben, haben wir noch keine Waffe. Das Streichhölzer haben wir auch schon, das finde ich gut. Ja, hier ist ein, hier ist ein Protest gegen Killerspieler. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt, was ich machen möchte. Denn man kann, äh, wo es mit dem Benzinkanlister, hier. Hier, alles voller Benzin. Dann geht man durch. Ähm, zündet es erstmal an. Dann brennt sich das da runter und wir holen jetzt unseren Paycheck erstmal. Ich hoffe, dass es hier war. Nein, es war da. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr von der Zeit her. Und hol dir. Los. Und dann. Dann. Yeah, geschafft. Uh, bitte brenn noch, bitte brenn noch. Es brennt doch, bitte rennt durch, rennt durch, rennt ruhig. Da. Wer ist mit mir? Die stürmt nämlich das Gebäude. Komm, alle, folge mich. Du kannst das nicht mit meinem Namen machen. Weil Posting nochmal ein brutales Spiel ist. Und jetzt rennt er noch durch. Bevor das Feuer ausgeht. Oh, jetzt geht es vor. Oh, verdammt. Ja, man kann es erreichen, dass die, ähm... Oh, da sind so, die müssen ganz schnell weg. Denn sonst erschießen die uns. Und mit unserer Schaufel können wir ja nicht viel machen. Hier, die Running Riskers, Leute verteidigen jetzt das Gebäude. Katze, ich will dich auch sammeln. Ähm, da ist noch ein Benzinkanister, können wir mitnehmen. Und eine Schrot und eine, ähm, Dings. War es eine Schrot? Ne, das war hier, ähm... Keine Ahnung. Ich kenne mich mit... Ich kenne mich mit Waffen nicht so aus. Ja, ist okay, bitte rennt. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe doch kein Leben. Oh, bitte rennt bin ich sowieso sehr, sehr hinterher. Und... Und... Ja, tut mir doch leid. Aber ich muss mich verteidigen. Ich denke, ich muss ein Augenblick auf diese Leute halten. Sie sind definitiv habschützend für meine Gesundheit. Und ich werde, ähm, jetzt erst mal alles ziemlich friedrich... Friedrich, ja, friedlich lösen. Und, ja. Irgendwas ist sinnvoller vom Weg, ja. Erst mal die Mädchen, ist sinnvoller. Die müssten ja, glaube ich, Geld haben. Mal sehen. Schreibt mal mal durch. 20 Dollar, okay. Ähm. Oh, hallo Katze. Eine schwarze Katze, die habe ich noch nie gesehen. Ah, da will ich gar nicht hin. Ich wollte da lang irgendwo. Und wir werden immer noch von der Polizei gejagt. Und sobald uns ein Polizist sieht, werden wir noch mehr gejagt. Also, es ist ziemlich blöd, wenn man hier... I, i, hu. Was hast du für ein pinkes T-Shirt an? Och, nein. Schon wieder. Schnell weg hier. Oh, Katze. Aufsammel. Haha, hab dich dabei. Und ich kann ja mal... Okay, jetzt, sobald mich wieder einer angreift, demonstriere ich mal die Katze. Ja, das ist ziemlich lustig mit der Katze. Mal gucken, wo müssen wir lang? Da einfach gerade aus, weiter. Da, wo wir hergekommen sind. Ja, und wie gesagt, ich werde mir jetzt die Mädchen kaufen. Oder werde ich sie mir klauen? Nee, ich klause mir. Ich klause mir. Ich habe kein Geld. Ich klause mir. Ähm, wenn man böse sein kann, dann ist man auch böse. Das Spiel ist übrigens in Deutschland indiziert. Also kann man hier... Ich weiß gar nicht, auf welcher Liste ist. Ich glaube Liste A. Also kann man es hier nicht mal kaufen. Oder man darf es nicht kaufen. Was? Ich werde schon wieder ge... Oh nein. Okay, ich werde sowieso gejagt, wenn ich hier die Mädchen klauen. Hat jemand eine Schlange hier in der Nähe? Nein, wirklich, ich will es jetzt wissen. Aber wir haben keine Zeit hier. Also gehen wir einfach hier lang. Und picken die Mädchen ab. Too easy. Ja, too easy. Ich weiß gar nicht, wie teuer die ist eigentlich. Aber... Ja, geh doch mal weg. Ich will hier nicht so gerne Leute angreifen. So, stopp ihm hier. Stopp, stopp! Ja, und... Der... Ich weiß gar nicht, ob das mit der Waffe geht. Ja, es geht! Da! Der Katzen-Ego... Äh... Der Katzen... Schalldämpfer. Sehr bekannt aus der Reihe. Boom! Und ich habe keinen... Der Katzen-Ego ist zurück. Ja, ich fühle mich schon bereit. Verdammt! Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, hier ist Peck, danke. Oho, schnell raus! Und, wo kommen wir hier raus? Hey!